Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Dominik und ich bin mal wieder hier mit dem Marco. Servus. Und wir sind gerade in der Mittagspause beim Swim Performance Kids Camp in Darmstadt und wollten euch noch eine kleine Technikübung vorstellen. Marco, was machen wir jetzt? Genau, heute machen wir mal wieder was Koordinatives. Brustarme mit Graulbeinen. Dabei ist es besonders wichtig, dass der Graulbeinschlag kontinuierlich die ganze Zeit erfolgt und die Arme sehr flach an der Wasseroberfläche nach vorne gebracht worden. Das ist sehr gut für Sprinter, damit man die flache Wasserlage geben kann. Genau, also was sollen wir nicht machen? Tief nach unten tauchen, sondern flach an der Wasseroberfläche bleiben, schnelle dynamische Armzüge und pausenlosen Graulbeinschlag. Ich mach's einfach mal vor. Genau. Ich hoffe, es war schon mal. So, also tolle Übung, kenne ich selber aus unserem Training natürlich auch schon, noch ein paar Kleinigkeiten, wie gesagt ihr habt es gerade schon gesehen, man muss dynamisch schnell ziehen und macht bei diesen täglichen Übungen nicht 500 Meter am Stück, sondern macht wirklich mal 25 oder 50, achtet auf Qualität und Marco hast du noch einen Tipp, Spaß haben dabei, ganz genau. Und das haben wir hier auch beim Kids Camp und wenn ihr auch mal Bock auf ein Kids Camp habt, dann schaut auf unsere Seite swim-performance.de oder verfolgt uns auf Instagram oder YouTube oder ja, wir sind ja hier gerade auf YouTube oder auf Facebook und dann macht es zu Hause nach und viel Spaß dabei, bis bald, euer Dominik, bis zum nächsten Mal.